Tore, Dritte, Tralala geht in den Jahresendspurt. Die Bayern-Liga ist bereits in der Winterpause. Na dann, konzentrieren wir uns heute mal auf die Kicker aus NRW und Brandenburg. Und dass die es genauso gut können, zeigt dir Dario Schumacher vom Bonner SC, der das Leder gezielt ins lange Eck schaufelt. Aber auch der Ex-Erstligist KFC-Üerding weiß, wie es geht. Lukas Musculus, heißt der wirklich Muskel? Setzt genau diese richtig ein und bringt den Ball mit der Hacke über die Linie. Hässlich wie das Wetter leider diese Aktion. Ades Omer Basic packt die Sense aus und hat Glück. Dafür nur gelb zu kriegen. Na hoffentlich hat das nicht der Nikolaus gesehen. Die Miersdorfer Verteidiger Bernhard und Bianca, äh, Moment, nee, das war ein anderer. Bernhard und Isaka retten mit der Doppelgrätsche. Ein Glück für den bereits vernaschten Keeper Toni Erne. Der Fan des Tages ist Üerding-Maskottchen Groti Pfand. Der fiebert mit seinem Team mit, als ob es kein Morgen gibt. Vielleicht hat er aber auch nur zu viele Zuckerstückchen verdrückt.